da ja hallo und herzlich willkommen zurück in der baracken stadt hier haben wir so ein turm der halb auseinander fällt eine brücke die halb auseinander fällt und einen palast der ziemlich am berg ist ja ja was ist passiert hat ziemlich schmerzen hier ach ja genau wir sind ja mit dem fall schon da durch die wälder und voll abgekracht und ja jetzt mal gucken dass wir hier mal aus dass wir hier irgendwie mal medizinische versorgung oder so kriegen was ja gut dass uns das nicht weiter wehtut durchsuchen sie den rettungshubschrauber naja super vielleicht sind vorräte an bord ich habe teil für die rotflinte gefunden sehr gut so muss ich jetzt hier weiter da geht es weiter da jetzt irgendwo hin komme ich da hoch da komme ich nicht hoch anscheinend au 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 wieso ist hier wird alles schwarz so wo gehst du überall lang hier nach hier ist ein zaun was high grafik fehler hübsch zauern nicht zauern nicht zauern nicht zauern nicht zauern ja gut dann kommen wir da war auch nicht sonderlich weiter bekommen wir gehen hier weg von diesem unsittlichen ort so lang hier durch ja klar hier läuft das zeug ab während hier ist noch mal so ein katarverkopf und hier ist ein typ welcher alte mann wort zauern irgendwie wird hier ziemlich auseinandergenommen Prozent naja gut und wir sind hier im größten gestanden und haben wahrscheinlich auch für die wunden und da läuft das schon jetzt ganz dreck wasser rein das ist natürlich immer super so was wird da haben sie jetzt irgendwie gerade einen hier runter geschmissen die entzogen ihren dreck auch immer nur also wie kann man hier leben wenn man seinen dreck nur immer überall fallen lässt und da was ich hoffe sie ist die eine wir haben so lange so eine zeremonie also vielleicht ist es die eine um wen handelt es sich hier wohl um unsere leute hier und wahrscheinlich wir sind jetzt hingelatscht aber da oben sollen wir jetzt herunter holen job den holen wir einfach mal darunter und den anderen kriegen wir jetzt nicht der satz wieder versteckt jetzt hat komm lauf her komm her ach komm schon habt ihr es gehört ich sehe mir das mal an ist der tot ich glaube schon job der ist auch dort durch den baum durchgeschossen so muss man jetzt hier hin ähm gute frage holen wir uns erstmal die pfeile hier und wieso geht es uns jetzt eigentlich gerade so gut wieder verstehe ich jetzt nicht ganz können wir da hoch ah ne ja das geht dann anscheinend immer noch nicht das heißt hochkraxen können wir immer noch nicht naja super dann müssen wir halt doch und da haben sie leute aufgehangen muss man doch naja gut da müssen wir doch dahin sind hier noch mehr von denen nein dann holen wir mal das zeug von denen ab holen wir mal das bergungsgut aus der kiste hier zack Jawoll, noch ein Teil vom Gewehr gefunden. Waffenmodifizierung verfügbar. Ach, da komme ich natürlich auch wieder nicht hoch. Ich soll es eigentlich gleich gar nicht versuchen. Naja, gut. Muni aufnehmen geht nicht. Zu voll. So, wo komme ich jetzt hier hin? Ah, jetzt komme ich zum Rettungshubschrauber. Jo, dann gehen wir mal da drüber. Jupp, check. So. Weiter, Lerror, weiter. Autsch. Das tut doch weh. Nein, der weicht ja aus, der Sack. Warum tut er das? Ich glaube, der ist auch schon gekillt. Ich glaube schon, ja. Ja, der ist recht tot. Gut, dass du hier, jetzt nehmen wir mal die andere Waffe hier. Da sind wir vielleicht ein bisschen schneller mit der. Und da ist sogar schon so ein Drecksack. Aber wir sind mittlerweile echt gut geworden im Ziel. Muss ich sagen. So, und was haben wir hier? Kann ich damit was machen? Ja, da kann ich was damit machen. Das leuchtet. Ha. Aber ich wüsste nicht was. Ah, das kann ich hier umnehmen. Aber. Wieso geht das nicht? Keine Ahnung. Aber hier, das da kann ich vielleicht umnehmen. Jawohl, wunderhübsch. Autsch. Da springen sollte ich vielleicht auch nicht. So, jetzt gucken wir mal, ob hier irgendwas ist in dem tollen Rettungshubschrauber. Schade. Hier ist anscheinend nichts. Ihhh. Schon wieder eine Leiche. Klar, fummeln den mal überall hier irgendwo rum. Yay, ein Feuerzeug. Und was machen wir jetzt damit? So, so, zünden wir also unsere Pfeile mal an. Witzig. Ah, ah. Nein, 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 das wirst du jetzt nicht tun, oder? Ah, 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 ah. Lara. Ja, genau so denke ich mir das auch. So, so heilt man sich, ja klar. Ja, ja, wir nehmen keine Medikamente, sondern wir nehmen einen heißen Pfeil. Um schön die Wunde zu verbrennen. Ja, wir können unsere Pfeile immer anzünden. Feuerpfeile, drücken sie eins, um Feuerpfeile auszuwählen. Rob, hörst du mich? Rob? Lara, bist du okay? Ja. Du klingst aber nicht so. Es geht mir gut, Rob. Wo bist du jetzt? In einer Art Barackensiedlung in der Nähe des Palasts. Ich steige immer noch den Berg runter. Wieso warst du so schnell? Lange Geschichte. Ich kann die Siedlung von hier sehen. Bist du bei dem großen Tor? Ich gehe darauf zu. Die Outsiderin! Scheiße. Oh, oh, die haben mich gesehen. So ein Dreck. Na dann. Und los, kommt Feuerpfeile. Yeah. Erreichen sie das Tor unter der Brücke, was? Die sind ja gar nicht tot. Komm schon. Komm schon, ich mach dich kalt. Komm schon, ich krieg dich. Bam. Boah. Nein, 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 so nicht, so nicht. Kann ich das jetzt nicht abschießen, so ein Dreck. Wo sind denn die alle? Da schießt er auf mich. Alter, nicht da oben, was ist mit dir? Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, Lara, oh nein. Das war nix. So, bam. Schön hübsch. So, komm schon. Und boom. Nein, 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 komm schon. Nur noch mal ein bisschen hier. Die Pistel, jawohl. Treffer. Nein. Komm schon. Habe ich den jetzt? Habe ich den jetzt? Komm schon. Zack. Boom. So, wo sind jetzt noch welche von denen? Ah, da kommt schon wieder einer. Was? Komm schon, ins Gesicht. Jawohl. Da ist schon wieder einer gekommen. Versteck dich, ist mir scheißegal, ich treffe dich trotzdem. Habe ich hier jetzt alle langsam mal? Komm ich da wieder zurück? Ne, komm ich nicht. So, endlich am Lagerplatz. So, und. Yay, Waffenmodifizierung, Sturmgewehr, sehr gut. Äh, jo. Alles klar. Ähm, hallo, wie komm ich hier wieder weg? Äh, ja. Wirst du, warum ist das alles umgekehrt? Weiter. Nein, nicht schnelle Reise. Was ist mit euch? So, Fähigkeiten. Ähm, genau, ich habe einen neuen Fähigkeitspunkt. Wie viel brauche ich denn noch, um... Kaufen Sie drei weitere Fähigkeiten, um Rang 3 freizuschalten? So, ähm... Sag ich jetzt mal mehr Munition holen? Ich glaube schon. Ähm, was kann ich noch bei Kämpfer machen? Äh, weiche ich jetzt ja den Gegner aus und stoße mir einen Pfeil ins Knie. Ja, von mir aus. Da brauche ich den Ausweichkonto dafür. Ich glaube, ich mache jetzt mal die maximale Munitionsmenge. Wobei ich eigentlich genug Muni immer hab. Nochmal, was geht noch bei Überleben? Ach, das mit den Tieren noch und auch das Rang 3 Fähigkeit. Ähm, ja, die sind auch noch nicht alle freigeschalten. Ja, dann... Machen wir doch das mal mit dem Pfeil hier. Komm. Werde ich jetzt mit Umschalt aus und drücken sie F, sobald der Ring das Tastensymbol erreicht. So, gut. Ja, dann machen wir das doch mal. Ist immer ein bisschen variabler hier. Ähm, so, jetzt kann ich mich noch ausrüsten. Ah ja, genau, jetzt kann ich... Im Moment... Da habe ich jetzt alles beim Bogen. Da fehlt mir noch was. Aber hier beim Gewehr kann ich jetzt noch einen Laufmantel kaufen. Ah, den kaufe ich jetzt gleich. Einen Laufmantel, der die Bedienung erleichtert und dadurch durch Schaden erhöht. Sehr gut. Ja, das machen wir doch gleich. So. So, von den zwei Typen da haben wir eben das Zeug schon eingesammelt. Jetzt holen wir es halt von den anderen auch noch. Die hier rumflacken. War hier nicht einer rumgelegen. Und ich glaube, wir haben jetzt hier ein recht großes Gebiet, das wir erkunden können. Vielen Dank.